Achtung! Die folgende Aktion wurde spontan und ohne vorhergehende Recherche durchgeführt. Wir bitten euch, den Blödsinn nicht zu Hause nachzumachen. Ähm, ich glaube, das passt. So, der Revage. Der wird gleich wegsalzen. Mir schüttelt's die Niere, wenn ich dran denke. Was ist? Kannst du sowas nicht hören, oder was? Nein, aber es ist grausig, das Hals. Also... Ich hab's unterschätzt. Ich dachte mir so, hey, machen wir noch eine Beschaffung. Oh Gott, ich rede nicht, Niki. Ah, fuck. Ronberger nervt komplett. Der hat meine Niere knurrt. Der macht einen Fehler. Ah, bock, bock! Jetzt fange ich auch schon an, den Typ Roll nicht zu nehmen. Ich hoffe, man hört das Mikro. Ich hoffe es auch. Komplett synchrones Magenknurren. Einfach nur... Oh! Das ist nicht der Magen! Ja! Ist es! Ist es! Mein Herz pumpt einfach voll stark. Gut! Boah! Ich pack das gar nicht! Boah! Auf die Strasse! Einfach nur ab! Was du möchtest! Das schaffst du! Es wird pärlich. Das ist gut. Das ist gut. Ja, ja. Ich sammle sie an. Das war cool. Das hat aber Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mir gut. Oh Gott! Machen Sie das hübsch hinter jeder Fuße zu mir! Ich bin ja dafür, dass wir das mit dem Salz einfach sein lassen. Ja! Salz ist raus! Jetzt saue ich einen Napoli. Okay! Oh! Liverpool immer brandgefährlich! Dann spiele ich euch in Rot! Geh bitte! Mein Kopf sagt nein, aber mein Magen verlangt nach Salz! Aber umgekehrt! Echt! Mein Magen sagt nein, aber mein Kopf verlangt nach Salz! Man lernt es zu lieben! Puh! Elf Meter, bitte! Komm! Der Salz wurde wieder aktiviert. Du Ar... Herz, komm! Wie kann man so ein Arsch sein? Nein! Nein! Das... Nein! Salz und Niederlage! Nein! Scheiße! Vielleicht wirklich bin ich... Ah! Mahlzeiten! Ich hab reingeblasen und sie sind jetzt aufgeflogen! Mahlzeiten! Wer am Enke! Warte, das war knapp! Auf die Straße! Ich muss ein bisschen stehen! Ich muss ein bisschen stehen! Ich muss ein bisschen stehen! Du wolltest wieder einbinden! Ja, komm! Mach mal her! Okay, Maxi! Ja! Dann kommen wir jetzt zur Fashion-Mädels! Die ziehen sich gut an, oder? Ich finde, das sind so richtige Fashionistas! Und wie du ja weißt, wir sind mir erzählt erst gestern, dass sich gestern ein ganz Fauxpas ist hier passiert, gell? Sie sich ein bisschen angepickelt! Hab ich nicht! Ich würde gerne jetzt wissen, wo kriegt man da eine gute Hose zum Wechseln? Also du brauchst eine neue Hose, oder? Du willst, dass ich ihnen... Du willst, dass ich sage, dass ich mich angepickelt hätte? Bitte darum! Bitte darum, Maxi! Ah! Eure Bitte! Komm! Das ist nicht so schlimm! Pinkeln muss jeder, Maxi! Das ist... Die werden das verstehen! Ich wette, dass ihr freundlich! Okay! Na gut! Frag nach! Ja! Entschuldigung! Sprechst du Deutsch? Ja! Mir ist gestern so ein kleiner Fauxpas passiert und ich brauche jetzt eine neue Hose, okay? Also die ist ein bisschen nass geworden und ich kann sie jetzt eigentlich wegschmeißen! Was hast du hier? A pair of trousers that not get wet? Yeah! Because sometimes I pee myself, I pee myself and that's like... Ah, that's so bad! So! Letztes Spiel! Ich musste mich Gott sei Dank nur zweimal blamieren. Maxi hat sich auch nicht blamieren müssen, hat er einen salzigen Mund. 13! Ja, nein! Kann nicht, nein! Kann nicht! It's a sad salz! Oh! Ja, und das sind Löffel schon noch abgeschlägt! Mein zweiter Löffel Salz! Hat er sieben! Ich hatte sieben! Ich hatte sieben! Ich hatte sieben! Ja! Ich nutze die Chance! Du bist schwach! Du bist irgendwie... gerade stark angeschlagen durch das Salz! Nein! Hoppla! Na gut! Elfer schießen! Hier gibt's kein Salz im Spiel, aber es geht noch immer um die letzte Blamage des Tages! Auf Wiedersehen! Ah! Nein, 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 nein! Sehr gut! Ich mag mich draus! Ich muss raus! Nein! Den wollte ich lässig in die Mitte schlenzen! Was? Für ein Damm! Ja! Ja! Mit dem wunderschönen letzten Elfer! Ein Lattenpendler! Ah! Drüben machen zwei Mädels ein Foto! Siehst du was? Die sind gerade in der Kabine! Mhm! Geh hin und frag sie, ob sie ein Foto mit dir machen wollen! Doch! Aber sei bitte relativ aufdringlich! Okay? Sei so aufdringlich wie du noch kannst! Du möchtest halt unbedingt ein Foto mit denen machen! Ich kann nicht aufdringlich! Ich denke ihnen was ja auch! Das ist furcht! Komplett egal! Und wie machst du sie dann? Ach nicht richtig! Und los! Ja gut lieber! Machen wir auch eins? Was? Do we make one as well? We... We can't! We don't have one! We don't have one! We don't have one! Okay! Das war unser Video! Wir hoffen ihr hattet Spaß! Liked das Video! Kommentiert das Video! Teilt das Video! Liked uns auf Facebook! Folgt uns auf Instagram! Folgt Niki auf Snapchat! Bis zum nächsten Mal! Niki? Ja Maxi? Ich glaub das mit dem Salz war keine gute Idee gell! Wieso? Was ist? Ja das ist ur ungesund! Ich hab einfach komplett Herzklopfen! Mein Bluetooth ist ur hoch! Und das ist einfach nicht gesund! Kein Mensch sollte sieben Teelöffel Salz essen! Ja ich war grad...